So, da bin ich wieder mit einer Runde Halo. Und ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben. Ah, doch, ich weiß, wo wir aufgehört haben. Yay! Ich weiß es wieder und meine Hand ist wieder heile und alles ist gut. Yay! Öh, das macht Spaß. So, wo musste ich hin? Ich muss da unten. Gott. Da muss ich hin. Ja, hier war ich, glaube ich, richtig. Oh, 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 hier bin ich wirklich, hier bin ich wirklich. Und Cortana erzählt mir irgendwas schönes und ich sollte mich einfach am besten nicht treffen lassen. Ein bisschen nebenbei töten oder getötet werden. Toll. Hat er mich wohl von hinten erwischt, ja? Ja, ich bin ein wenig krank, leider. Ich hoffe, das fällt nicht so sehr auf, als ich husten oder niesen muss. Werde ich es natürlich muten, mein Mikrofon. Und das geht mir nicht auf den Raum. Dann holen die weg. Und hier rushen wir wieder durch. Man lasst uns am besten nicht großartig treffen. Such mal ein bisschen Deckung. Du gehst mir auch nicht auf den Weg. Die gehen mal weg. Da, la, 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 la. Der Master Chief ist so feige. Und da, die zwei Großen. Und da hüpfen wir einfach drüber. Und wir gehen hier rein. Und Cortana sagt, das ist einfach mal weg. Ich weiß zwar nicht, was genau sie uns gerade gesagt hat, aber ich erinnere mich noch von einem Life. Und ja, wir sollten einfach warten. Die bekämpfen sich hier ja gegenseitig. Die Blut und die die doch weg. Ich wollte mich dafür raushalten. Hat ja mal wieder toll geklappt. Aber die Musik ist der Hammer. Wieder einer wie wieder. Und das ist voll nicht schwer. Hallo! Wie unfair. Wo soll ich meine Augen denn noch überall haben? Immer kommt so ein blöder von hinten. Unfair. Unfair. Ja, am allerunfairsten. Geh mal weg. Aua. Er schlägt mir direkt ins Gesicht. Unnett. Egal. Wir rushen hier einfach mal wieder durch. Und hoffen, dass wir nicht wieder von hinten gekillt werden. Weil das finde ich sehr unnett. Muss ich ehrlich sagen. Da kommen wieder die Großen. Da springen wir irgendwie dran vorbei. und hat nicht so schön geklappt. Eben. Sie sollten erwägen einfach nur abzuwarten. Sie sollten erwägen einfach nur abzuwarten. Geht klar. Da schießt ihr euch mal gegenseitig. Ich warte jetzt ab. Und die tolle Musik wieder. Und die tolle Musik wieder. Und ich überlege mal dieses Mal ein bisschen länger. Da sind die Großen wieder. Bleib einfach mal hier, wo es sicher ist. Die Broods und die Eliten, die können es hier gegenseitig fertig machen. Das ist ja nicht mein Problem, ne? Richtig. So. Frage ist nur, was muss ich eigentlich machen? Das steht hier doch mit Sicherheit. Ja, toll. Hier wo hingehen? Keine Ahnung. Lass mich mal in Ruhe, bitte. Hallo. Ich hab damit nichts zu tun. Das ist euer Krieg. Er ist weg. Er ist wieder runtergesprungen. Ja, ich will gar nichts von dir. Kümmer doch euch um euch selbst. Hallo? Ich komme nicht wieder hierher von hinten. Das wäre sehr unschön. Ja, schön zu tun. Der guckt. Die hat keine Lust. Da muss ich gehen. Puff. Dann springen wir doch mal darüber. Und gehen da einfach mal hin. Lalalala. Mach mal auf dir. Danke. Und weiter geht's. Damit hätten wir das dann auch geschafft. Huch. Das Spiel hat was hinter mir schon wieder geschossen. Und die Musik ist sehr cool. Sehr cool ist die Musik, ganz ehrlich. Und ich würde Halo 2 jetzt ganz gern durchspielen. So viel Speicherplatz müssen drin sein. Ich will neue Projekte anfangen. Aber ich will nicht so viel offen haben. Darum eins nach dem anderen. Darum ziehe ich jetzt Assassin's Creed 2 und Halo 2 definitiv vor. Und will die jetzt erstmal fertig machen. Bevor ich jetzt noch weiter rumpöbel und die nächsten Actions hier anfange. Und es sieht schon wieder wie in Halo 1 alles sehr gleich aus. Was hab ich da? Broodlaser. Nehmen wir doch mal das spaßige Ding. Das macht doch viel mehr Laune. Das ist nachgeladen. Da ist das gut. Solange ich mein schönes Schwert... Schwertchen noch dabei habe. Die ist ja auch nicht mehr alle weltlos. Und meine Waffe ist so groß. Ich seh kaum was vom Bildschirm. So. Nehmen wir dahinter weiter. Ich frag mich, wer das konstruiert hat. Der kann doch nicht ganz gescheit gewesen sein, oder? Schon wieder sowas. Oder bin ich zurückgegangen? Das glaube ich nicht, oder? Aber hier ist nehmt wo wer. Hm. Mysteriös. Aber die Musik ist nach wie vor gut. Die Hauptsache. Hüpp. So. Wo geh mal hin? Da ist zu. Ich muss vermutlich wieder auf die andere Seite. Und ihr seid alle tot. Waren das die Brutes? War ich das? Vor geraumer Zeit? Ich weiß es nicht. Ih, Wasser. So. Sind wir hier auf dem Vorsprung. Aber kommen da irgendwie auch nicht so wirklich hoch. Blöd. Da ist zu. Gehen wir mal dahin weiter, wo wir hin können, ne? Aber das sieht nicht so aus wie das vorher, oder? Sieht das so aus? Nein, das sieht eigentlich nicht... Äh, irgendwie schon. Verdammt. Vielleicht kommen wir hier hinten lang weiter. Oh, und ich muss die Waffe wechseln. Die ist viel zu groß. Man sieht so gar nichts. Da kommen wir weiter. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ansonsten ist das halt mega Backtracking. Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe doch nicht. Weil eigentlich bin ich doch richtig rumgegangen, oder nicht? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Egal. Die Zeit muss sein. Hä? Ich dachte, da hätte ich... Ich dachte, da konnte ich drüber laufen. Okay. Also bin ich falsch gegangen. Irgendwas ist falsch passiert. Blöd. Jetzt bin ich schon wieder hier, ey. Nervig. Reicht nicht, was ich tun muss. Aber hier bin ich auch eben nicht nochmal langgegangen, oder? Ich hab' nicht gesehen. Lass mal den Rücken bitte in Ruhe. Da kommt, glaub' ich, niemand mehr. Außer gleich die Großen. Da die. Hüpp. Und da hüpfen wir mal wieder ganz elegant drüber. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Ja, ich erwäge einfach mal abzuwarten. Okay, klar, mach dir mal. Viel Spaß. Dann warte ich einfach mal ab. Da greife keine Partei für niemanden. Oder? Tut doch. Ich weiß nicht mehr. Ich bin da eben nicht langgegangen. Ich bin wohl irgendwie im Kreis gegangen. Klingt zwar komisch, aber scheint so zu sein. Wobei, da komm' ich her. Da hab ich ja auch. Geht das hier auf? Er geht nicht auf. Macht ihr mal unter euch auf. Ich verkrümel mich. Weil, verkrümeln ist gesund. So, da ist er hoch. Kämpft ihr euch da mal. Mir ist was drauf. Kuck. Auf jeden Fall, da muss ich nicht hingehen. Da komm' ich her. Ihr könnt zwar mal ein paar Mal jetzt in den Rücken. Ey, 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 ey. Geh weg. Ich fühle unnett, mich jetzt hier von der Seite anzumachen. Macht man das denn? Was hat man dir eigentlich beigebracht? Lies mal den Knigge. So, ich möchte mich nicht ein Scheißlöten beschützen. Oh, oh. Hallo. Huch. Du dürftest mich eigentlich auch mal entfliegen lassen. Ich hab doch so schön erwägt, mich da rauszuhalten. Mann, no. Huch. Da stehst du schon wieder auf mich. Kabom. Laden wir mal nach in der Zeit. Oder muss ich die Letzten jetzt hier platt machen, hä? So. Tod. Okay. Schnell Waffe wechseln. So. Ich war schneller. Und jetzt wieder ne Runde schützen. So, ich muss mich jetzt nicht wieder gegen das machen. Kann. Wow, 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 wow wieder die Ruhrkorte steht würde die vorliegung und auch aus Wobei. Hüpp. So, passiert hier irgendwas? Oh, ich sehe meine Knie. Ich bin so schön. So. Oh, ich hab nicht mehr viel Munition für den Spaß. Verdammt, das war da nie. Okay, haben wir so. Komm, eins gegen eins gegen eins. Ist er tot? Nein, ist er natürlich nicht. Ich brauche mal eben eine andere Waffe. Tschüss, Junge. Die hat keine Munition mehr. Dafür brauche ich jetzt irgendein anderes schönes Spielzeug. Hast du ein anderes schönes Spielzeug? Karabiner. Das ist halt nix. Hat immer ein bisschen Paar-Schuss. Ach komm, ihr zwei da noch, ne? Ihr hättet euch auch untereinander mal erledigen können. Na, huch. Egal. Na, komm runter. Wisst mich eh nicht. Auch nicht. Ihr müsst doch irgendwas machen, Jungs. Ganz ehrlich. Ja, Junge. Autsch. Ich hab Ladung für den Karabiner aufgenommen. Wie wunderschön. Das versüßt mein Morgen doch. Ja, logisch. Ich bin nur noch nicht. Naja, wenigstens kann man so mal ne Runde zocken, während die anderen in der Schule sitzen. Hat auch was. Weeeey. Ah, verdammt. Weeeey. Oh, du stehst ja richtig rum. Da ist ja noch einer. Wah! Wuh! Ihr seid zu groß, ey. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo seid ihr? Wah! Ich brauch... Nö, ich such das offene Terra. Kommt her. Soll ich mal hier runterkommen? Komm mal hier runter. Hey, Kumpel. Komm mal runter. Wo seid ihr? Da. Ich glaub, wenn ich mal runter hab. Ja, hier ist richtig. Hier ist richtig. Ja, komm her. Wuh! Du hast mich ja doch getroffen. Hiya! Mann! Duell der Giganten hier, oder wat? Ihr dreht... Boah, ihr dreht mir aber auch gar nicht mehr den Runde zu machen. Ihr dreht euch immer direkt mit. So bin ich nie nett. Nehehehehe. Huh! Da ist er jetzt auch. Bin ich denn von hier gekommen? Ja, von hier bin ich die Tochter. Gehen wir mal gar nicht auf... Gehen wir mal auf den Keks, bitte. Ich bin grad beschäftigt. Hm, hm, hm. Lass mich im Helo immer so am Hängen bin, ne? Vatana? Nein. Gehen wir mal auf den Keks. Ihr geht mir auf den Keks. Verdammt. Da war mein... Äh, Akku jetzt leider, wie gesagt. Aber ich glaub... Das ist sogar quasi ein Akku. Ja, wollt ihr mich mal antürbeln jetzt hier? Autsch. Nicht so... Nein! Wo bin ich? Huch! Ja, äh, Jungs... Das war's.